Servus! So, heute Jan-Auto ist wieder da und heute ist schon Donnerstag. Ja, darauf freue ich mich sehr, weil morgen schon Freitag ist und morgen Abend tanzen wir. Ja, ich tanze mit meiner Freundin jetzt. So, wir gehen zu einer Tanzschule, einer Tanzschule. Ja, so jeden Freitagabend. Nur eine Stunde und eine Freistunde. Und ja, heute ergibt es eine Pflanze. Ich weiß nicht, wie ich das eine Pflanze nennen kann. Oder ja, er ist sehr süß und ich habe vergessen, wie auf Deutsch ich das sagen kann. Ja, ich weiß auf Japanisch, natürlich. So, natürlich, auf Japanisch, das heißt Saboten. Saboten. S-A-B-O-T-E-N. Ja, Saboten. Und ja, ja, ich möchte nicht berühren, aber nicht so schmerzen. Ja. Und ja, heute ist ja schon 6. April. So, dieses Wochenende möchte ich BR1 prüfen. Ja, so vorbereiten. So, ich muss ja einmal alle erlösen und alle sehen und wie es läuft. Und ja, ich habe mich fühlen, so listening ist nicht so schwierig, vielleicht. Aber mein Bortschatz und mein Grammar ist nicht so gut. So, ich muss ja noch mehr lernen und ja, besonders schön, so dieses Wochenende. Weil so, in der Woche ist es nicht so einfach oder leicht, eine Zeit, um Deutsch lernen zu haben. So, schon halb zehn Uhr jetzt und werde ich hier um elf Uhr ins Bett gehen. So, habe ich jetzt halb und eine Stunde. Und ja, jetzt möchte ich duschen und nochmal etwas machen und ja, schon, schon die Zeit ins Bett zu gehen, so. Also, ja, das ist ein Problem immer. Die Zeit leuchtet sehr schnell, so. Wir müssen die Zeit sehr, sehr wichtig sein. Wichtig machen oder lassen. Wichtig lassen, ja. Und ja, gut. Dann schöne Abend noch. Und ja, genießen bitte. Genieß bitte den Freitag morgen. Und ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss.